Hallöchen und willkommen zu einem kurzen kleinen Infovideo bezüglich, man sieht es bereits, ich kann hier mal ein bisschen größer machen, nein, hier so kann ich mal ein bisschen größer machen, zu No Man's Sky, das momentan so ein bisschen mein Sorgenkind ist auf YouTube. YouTube, der Grund dafür, dass es nämlich da jetzt länger keine Videos gegeben hat oder so unregelmäßig Videos gibt, ist einfach ein Problem, wo, denke ich mal, YouTube dran schuld ist und nicht ich, weil aus irgendeinem Grund die Uploads andauernd fehlschlagen, also der Upload an sich nicht, aber die Verarbeitung, YouTube verarbeitet das ganze Zeug ja nochmal, da wird es nochmal umgerendert, damit dann die verschiedenen Qualitätseinstellungen für die Zuschauer verfügbar sind und dieser Verarbeitungsprozess schlägt jedes Mal fehl. Jetzt habe ich, ich habe es schon mal erwähnt, im No Man's Sky Let's Play an sich, ich habe dann einfach beim Render-Vorgang die Qualität runtergeschraubt, was zwar im Endeffekt scheiße ist, aber scheinbar das Problem behoben hat, Fakt ist, es hat nichts gebracht, ich habe das Problem schon wieder und ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich wieder die Videos hochgeladen habe, mehrmals und es funktioniert einfach nicht, YouTube nimmt es einfach nicht an und deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich werde No Man's Sky an der Stelle abbrechen, ist wirklich schade, drum eigentlich, aber man muss mal so sehen, ich lade in der Regel zwei Videos davon hoch oder mindestens ein Video über Nacht, in der Regel sind es zwei Videos und das dauert halt dann schon so an die drei bis vier Stunden, ja und es bringt jetzt mir nichts und es bringt euch nichts, wenn der Rechner hier nachts vier Stunden lang durchackert für den Upload von zwei Videos, die dann sowieso nicht online gehen, weil YouTube da einfach nicht mitspielt, das bringt euch in dem Sinne nichts, weil es keine No Man's Sky Videos an sich geben kann und alle anderen Let's Play Projekte werden darunter ja auch in Mitleidenschaft gezogen, dann in den vier Stunden hätte ich locker drei oder vier andere Videos hochladen können, die von der Datengröße halt nicht so ausfallen wie bei No Man's Sky, wo der Upload dann auch ein bisschen schneller geht. Also in dem Sinne, ich muss es leider beenden, ich hatte eigentlich noch eine recht schöne und lustige Aufnahmesession gestartet, wo ich den Speicherstand gewechselt habe, ich habe meinen alten Speicherstand aktiviert, mit dem ich angefangen habe damals zu spielen und der Witz ist der, der hat irgendwie, ich glaube, zwei große Updates hat der durchgemacht und da sind sämtliche Technologien zum Beispiel freigeschaltet, was unsere Basis angeht. Ja, wir müssen nicht 30 Milliarden Jahre lang auf Technologiemodulsuche gehen, nein, ich konnte in dem Speicherstand dann sogar, also in der Aufnahmesession, die ich dann gemacht habe, konnte ich dann sogar die Basis-Terminals errichten, man hat die komische Tiefsee-Quest aktivieren können mit dem neuen U-Boot, alter, das ist mega geil, du landest auf einem Wasserplaneten, der wirklich fast nur aus Wasser besteht und im Subnautica-Stil musst du da jetzt mit dem U-Boot am Meeresgrund entlang tuckern und quasi Spuren und Hinweise auf eine verschollene Crew finden und versunkene Frachter kannst du aufspüren und auslooten, alter, das ist so mega geil, ich glaube, ich habe da eineinhalb oder zwei Stunden aufgenommen, kann es leider nicht hochladen, weil YouTube da einen Strich durch die Rechnung macht, ist echt schade drum, aber im Endeffekt, es hilft einfach nichts, es hilft einfach nichts, deswegen werde ich No Man's Sky jetzt beenden, fest, komplett, tut die kompletti, das kommt nicht mehr, so leid es mir tut, dafür wird ein anderes Projekt an die Stelle von No Man's Sky treten, ich weiß allerdings noch nicht, ob ich die erste Folge heute schon raushauen kann, da muss ich mal gucken, ich kann es nicht versprechen, spätestens morgen, also, ne, dieses Infovideo entsteht genau heute, wenn du siehst, genau heute am Sonntag, wir haben es gerade viertel nach elf am Vormittag und, ähm, ich werde mich jetzt gleich noch an die Aufnahme von diesem nächsten Projekt schmeißen und ich verrate jetzt hier mal noch nicht, was es ist, ich hoffe nur, dass ich die erste Folge heute noch online bringe, es wäre so geil, ich habe es mir gestern gekauft, weil, weil viele Leute geschrieben haben, ich soll es mir endlich mal zulegen und, äh, es würde einen Haufen Spaß machen, das wäre was für mich und, alter, ihr hattet so recht, ihr hattet so recht, es ist so geil, ich habe gestern, ich wollte es gestern nur mal anspielen, um zu gucken, wie es so ist und dann habe ich, äh, ich kann jetzt nicht nachgucken, wie, wie lange ich da gezockt habe, ne, geht jetzt nicht, sonst würde ich spoilern, äh, ich habe mich in dem Spiel verloren, ich habe mich total verloren, das ist, ja, okay, ähm, das wäre es soweit, kurz mal von meiner Seite, also, wie gesagt, tut mir furchtbar leid, ich kann nichts dafür, YouTube ist schuld, blame YouTube, ähm, ich schmeiße mich jetzt an die neue Aufnahme ran und dann sehen wir uns im nächsten Video und, äh, ja, in dem Sinne, noch einen schönen Sonntag, bye, bye!